Als Bäcker habe ich natürlich schon viele Brote gebacken. Einige davon haben es auch in meine Videos geschafft. Allerdings war der Teig immer nur mit Hefe angesetzt. Eine treue Abonnentin hat geschrieben, ob ich nicht mal was mit echten Sauerteig backen kann. Und deswegen setze ich heute hier mein eigenes Anstellgut an. Und wie das genau funktioniert, könnt ihr gleich sehen. Los geht's! Hier seht ihr meine Utensilien, die ich benutzen werde. Ich male allerdings mein Mehl selber. Ich benutze hier Bio-Roggen aus kontrolliertem Anbau. Wenn ihr keine Mühle habt, empfehle ich ein gutes Vollkornmehl aus Bio-Roggen. Für den ersten Ansatz wiege ich mir 25 Gramm Roggen ab. Und vermahle ihn auf feinster Stufe zu Vollkornmehl. Ich benutze ein Twist auf Einwicklas und zum Mehl kommt die gleiche Menge warmes Wasser dazu. Jetzt noch alles kräftig vermischen und so steht der spontanen Gärung nichts mehr im Weg. Jetzt für 24 Stunden stehen lassen. Am besten bei 25 bis 28 Grad. Und weil es gerade Februar ist, benutze ich hier meinen Backofen und mache das Licht an. Das erzeugt genug Wärme. Und das kontrolliere ich natürlich auch. Nach den ersten 24 Stunden hat sich noch nicht allzu viel getan. Das ist aber auch völlig normal. Am zweiten Tag die gleiche Prozedur. Ich male das Mehl gleich auf den Ansatz und gebe auch Wasser dazu. Und alles miteinander gut verrühren. Und wieder 24 Stunden bei gleicher Temperatur warm stellen. Wenn es etwas abweicht, macht das auch nichts. Je kälter, desto saurer. Je wärmer, desto milder wird der Ansatz. Am Morgen des dritten Tages kann man anhand des Gummirings deutlich sehen, das Volumen hat sich verdoppelt. Ein schwach säuerlicher Geruch ist auch schon wahrnehmbar. Damit die entstandenen Milch- und Essigsäurebakterien nicht so dominant werden und die Hilfepilze unterdrücken, ändere ich jetzt das Mischungsverhältnis. Zu den 50 Gramm Mehl gebe ich jetzt 25 Gramm von dem Anstellgut dazu. Ein Gramm hin oder her, den Spielraum hat man immer. Natürlich kommen jetzt auch wieder 50 Milliliter warmes Wasser dazu. Und natürlich wird dieser Ansatz auch wieder gut vermischt. Und ab damit in ein sauberes Glas. Den Rest vom vorherigen Anstellgut kann man jeweils einfrieren und später dann mit verbacken. Wer das nicht machen möchte, kann das auch einfach entsorgen. Links ist der neue Ansatz und ich habe die Füllhöhe wieder mit dem Gummirink markiert. Der nächste Morgen am Tag 4, mein Anstellgut hatte sich wieder verdoppelt, ist aber zusammengefallen, bis hier war es aufgegangen. Während ich schlafe, lasse ich das Licht im Backofen aus, das würde viel zu warm werden. Dadurch allerdings ging die Temperatur unter 20 Grad runter. Und der Ansatz riecht kräftig säuerlich, weil es ein wenig zu köln war. Macht aber nichts, ich lasse die Ofentür jetzt einen Spalt offen, sodass auch nachts die Temperatur zwischen 25 und 28 Grad liegt. Der neue Ansatz ist genau wie am dritten Tag. 25 Gramm Anstellgut, jeweils 50 Gramm Wasser und Mehl. Und so geht es wieder für 24 Stunden in den Ofen. Am Morgen des fünften Tages ist mein Anstellgut auch aufgegangen, wenn auch nur mäßig. Es riecht fein, säuerlich und aromatisch. Ich habe jetzt auf das gesamte Anstellgut nochmal 50 Gramm Mehl und 50 Milliliter warmes Wasser dazugegeben und natürlich bei Idealtemperatur in den Ofen gestellt. Nach nur 4 Stunden hat sich das Volumen mehr als verdoppelt. Es steckt also schon ein wenig Kraft hier im Anstellgut. Es riecht fein, säuerlich und aromatisch. Und damit werde ich jetzt ein Brot backen aus 100% Roggenmehl ohne zusätzliche Backhefe. Ich habe jetzt das ganze Anstellgut verwendet, Mehl und Wasser dazu, um diesen Vorteig zu machen. Und nach 3,5 Stunden kann man hier ganz deutlich Aktivität im Teig erkennen. Von diesem Vorteig habe ich mir jetzt 30 Gramm abgenommen, mit jeweils 30 Gramm Mehl und Wasser aufgefrischt. Und so wird mein Anstellgut von Tag zu Tag immer kräftiger. Und genau so sieht es auch am Morgen des 6. Tages aus. Mein Anstellgut hat sich verdreifacht. Das Brot ist auch super geworden, aber darum geht es in diesem Video nicht. Ich werde ein eigenes Video machen, wie ich aus dem Anstellgut ein super leckeres Brot backen werde. Das Glas kommt jetzt in den Kühlschrank und anfangs werde ich das jede Woche mit Mehl und Wasser auffrischen. Später dann nur alle zwei Wochen einmal. Solange es nicht schimmelt oder widerlich riecht, kann man es immer weiter verwenden. Ich habe schon gehört, dass jemand sein Anstellgut über 30 Jahre hat. Man kann es auch einfrieren oder auf einem großen Blech trocknen. Da sollte jeder seine eigenen Erfahrungen sammeln. Es gibt eine Menge Videos zu dem Thema. Ich wollte euch trotzdem mal zeigen, wie ich das mache. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern, besonders die das Video ganz gesehen haben. Na klar freue ich mich über ein Abo, einen aufrechten Daumen und einen netten Kommentar. Ich bin jetzt weg, sage aber noch wie immer zum Schluss. Tschüss, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss, 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 bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020